Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Geld präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Doppel-Drippling und für diesen müssen wir Gahun in Uldir auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem sich kein Spielercharakter bewegt hat, während er die Energiematrix trägt. Ja, was ist die Energiematrix? Und zwar ist das eine kleine Kugel, die hier relativ schnell spawnt, nachdem der Kampf beginnt. Und zwar als erstes auf der linken Plattform und ihr seht schon, ich hebe sie auf und diese Kugel müssen wir einmal durch diese Parasiten auf die andere Seite bringen. Und zwar muss das dreimal passieren, um die erste Phase zu beenden. Ihr dürft euch damit gar nicht bewegen, ihr nehmt sie auf, habt einen kleinen Cooldown und werft sie dann einem zweiten Spieler weiter, die ihr natürlich vorher einteilt. Und ihr seht, der Spieler wirft sie wieder dem anderen Spieler, hier weiter, in dem Fall mir. Und ich warte wieder den Cooldown ab, gucke, dass der andere in Range ist, spreche mich ein bisschen im Voice ab und werfe sie dem wieder weiter. Und das geht jetzt so lang, bis wir quasi einmal durch sind. Zwei Sachen sind wichtig. Ihr müsst hier mal ein bisschen Schaden verursachen, dass diese Slow-Flächen weggehen und dass ihr hier vernünftig durchkommt, dass ihr euch vernünftig absprecht in dem Voice, gegebenenfalls TS, und dann dementsprechend erst werft, wenn der andere Charakter richtig steht und am besten sich auch nicht mehr bewegt, weil es kann sein, wenn er sie gerade aufhängt und noch kurz movt, dass das Achievement auch dann rot wird und dementsprechend gefailt ist. Und ja, wir haben hier so ein paar Marks aufgestellt, dass wir uns grob orientieren, dann müssen wir uns nicht so viel absprechen, das könnt ihr auch machen. Es geht aber nicht auf, dass ihr auf beiden Seiten die Mark stellt, dafür sind nicht genug da. Also sprich, ihr müsst ja rechts und links diese durchbringen. Und ihr seht, jetzt werfe ich es das letzte Mal hin. Er kann die Orb einmal dann einsetzen und wir sind durch und wir kriegen aber hier einen Debuff, der zwei Minuten hält. Wir müssen, wie gesagt, um die erste Phase zu beenden, einmal hier links die Orb durchkriegen, dann einmal rechts und dann nochmal links. Also drei Stück, sprich, wir brauchen sechs Spieler für das Ganze. Und dementsprechend läuft die erste Phase auch ziemlich, ziemlich lang. Ihr solltet gucken, dass ihr spielerisch stark aufgestellt seid, vor allem auch heiler, technisch, dass sie genug Mana mitbringen, beziehungsweise genug Gier und Mana sparend hier spielen, weil ihr den Kampf wesentlich länger spielen werdet als im Normalfall. Alleine die erste Phase geht irgendwie fünfmal so lang gefühlt. Also ihr werdet vier Ads wahrscheinlich haben, normalerweise hat man eins gerade mal. Also dahingehend ein bisschen gucken, ihr müsst hier relativ lang aushalten. Die drei Gruppen, die ihr einteilt am besten, zwei Leute links, zwei Leute rechts und dann die dritte Gruppe nochmal links, kann am Anfang einen Tank beinhalten, weil ihr in der ersten Phase nur einen Tank unten braucht. In der zweiten Phase müsst ihr das Ganze nochmal machen. Da solltet ihr dann den Tank durch ein D-D ersetzen oder gleich mit nur D-D spielen, beziehungsweise der Heiler könnt ihr auch nach oben schicken, weil ein bisschen Schaden gibt es oben auch. Je nachdem, Self-Klassen, die sich ein bisschen so heilen können, sind von Vorteil. Da solltet ihr in der zweiten Runde quasi kein Tank mehr mitschicken, weil ihr die in den Runden auf jeden Fall brauchen werdet. Mehr ist es eigentlich nicht. Ihr beendet quasi mit dieser Dreierrunde die erste Phase und beim zweiten Mal auch wieder drei Kugeln durchbringen die zweite Phase. Und in der letzten Phase, wenn ihr seid und das Chief-Man nicht verkackt habt, dann könnt ihr einfach den Boss ganz normal runterspielen. Der Boss hat auch keinen Enrage, ihr müsst euch keine Sorgen machen, selbst wenn ihr da oben nochmal länger braucht, weil ihr euch schwer tut, euch abzusprechen, das ist kein Problem. Der einzige Enrage, den ihr habt, ist, dass eure Gruppe quasi hier unten nicht mehr gegenhalten kann, nicht mehr gegen DPS entgegenheilen kann, sonst ist es eigentlich nichts. Es ist ein relativ leichtes Achieve-Man, die Leute müssen halt bloß ein bisschen raushaben, wie sie das mit den Kugeln machen. Ja, das war's von dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein wenig weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Und dann